So, hier haben wir unsere drei Jungs. Da haben wir den Upa. Da haben wir unsere drei Mädchen, unsere beiden Mädchen. Das sind jetzt zehn Tage und wie man sieht, haben sie sich hervorragend gemacht. Machen sie die Augen auf und dann geht das richtig los. Oh, die frieren die wüssten Mami. Na komm, mal zur Mami. Komm mal zur Mami. Falsche Richtung. Mami hat keinen Bock. Na gut, komm nicht ganz so lang. Okay, machen sie halt so. Okay. Mal lieber in Kreid werden. Ja, unten eins. Jede eins. Und auch eins. Ja, fein. Guck mal, da gibt's halt da wieder. Die dringelt. Du gehst mit dem Schuffelchen hier. Ja, du gehst mit dem hier. Guck mal, für dich ist auch was dabei. Hier, Schnecke. Hier, hier. Na, guck mal, Kiki. Hier, hier. Aber derjenige, der dreht sich kreuz und in die Quer, haben wir da nicht noch was frei für ihn? Na klar, das ist noch was frei für ihn. Jetzt hat er was erwischt und jetzt sieht er, was ich los. Ja, er macht einen Job, der Mami-Job. Ja. 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 Ja.